Trotz konstantem Sportprogramm geht dein Gewicht nicht runter? Dann kann es an der falschen Ernährung liegen. Bestimmte Lebensmittel hemmen deinen Stoffwechsel, sodass dein Körper aufgenommene Kalorien nicht effizient verbrennen kann. Frittierte Lebensmittel Frittierte Lebensmittel wie Pommes frites oder Chips sind extrem kalorienreich und enthalten in der Regel keine wichtigen Nährstoffe. Zusätzlich können sie Entzündungen im Körper hervorrufen, die dann den Stoffwechsel weiter verlangsamen. Raffinierte Kohlehydrate Weißbrot oder Nudeln werden in der Regel aus raffiniertem Mehl hergestellt. Die darin enthaltenen einfachen Kohlehydrate treiben den Insulinwert im Körper nach oben. Bei einem hohen Blutzuckerspiegel ist der Körper nicht in der Lage Glucose abzubauen, was auch den Stoffwechsel hemmt. Alkohol Übermäßige Alkoholaufnahme beeinträchtigt die Leber und damit die Fähigkeit des Körpers, Nährstoffe zu verarbeiten und Kalorien zu verbrennen. Zusätzlich dehydrieren alkoholische Getränke den Körper weiter, was den Stoffwechsel zusätzlich hemmt. Durkoholaufnahme beeinträchtigt die Leber und damit die Körpers unless die Körpers nicht in der Stoffwechsel zu verarbeiten, für die Leber und damit die Körpers nicht in der Regel des Körpers nicht in der Körpers nicht in der Regel sind.